Es sind ja turbulente Zeiten aktuell, es ist Earnings Seasons, da kommt dann immer noch mal mehr auf uns zu, nämlich die Nachrichten der einzelnen Unternehmen. Deshalb die Frage, warum gucken wir hier überhaupt auf den Chart und reden doch über die Unternehmen, die hier irgendwelche Zahlen verursacht haben. Ja, das ist durchaus ein Ansatz, den ich nachvollziehen kann, aber wir Chart-Techniker schauen nicht auf die Daten, sondern wir schauen, wie die Marktteilnehmer auf eben diese Daten reagiert haben. Also anstelle, dass wir selber eine Einschätzung haben, oh, das sieht aber nicht gut aus oder oh, das sieht super aus, gucken wir, wie die Marktteilnehmer auf das entsprechende Verhalten an der Front sozusagen, ein blödes Wort im aktuellen Umfeld, aber an der Börse, wie die darauf reagieren und wie die Reaktionen dann möglicherweise, typischerweise eben zu folgenden Folgebewegungen dann führen. Und daraus lässt sich eine ganze Menge ableiten, was Händler, die charttechnisch orientiert sind, dann gerne tun. Wir haben aktuell beim S&P eine Situation gehabt, die ich euch zumindest mal kurz zeigen will, fürs Augentraining. Der hat eine relativ starke Abwärtsseite, wir sind hier dreiwellig hier auf dem Weg nach oben gewesen. Und der Klassiker ist, wenn der auf dem Weg nach unten wieder ist, dann sollte das in etwa das, was wir vorne haben, hinten nochmal bringen. Das war natürlich durch den Nachthandel in die Länge gezogen, aber ihr seht schon, in etwa hat das hier hingehauen. Man kann also sagen, ja, okay, dieses grundsätzliche Verhalten scheint nach wie vor gültig zu sein. So, das ist ja jetzt schon eine olle Kamelle. Warum zeigt er uns das? Damit kann ich kein Geld mehr verdienen? Nee, in dem Fall natürlich nicht mehr, denn das Ding ist durch. Aber genau nach diesen Verhaltensmustern halten wir Ausschau und wann immer ich so etwas sehe und je klarer, je deutlicher das Bild ist, desto lieber habe ich eben diese Situation auch für den eigenen Handel. Wenn wir uns aber das Ganze jetzt hier im S&P angucken, nochmal ganz kurz im Hinterkopf behalten, das, was wir hier sehen, das sieht korrektiv aus. Es geht in Trendrichtung, der Trend geht hoch. Da erzähle ich euch nichts Neues. Viele sagen immer, was redest du denn? Geht doch nach oben. Ja, aber er fängt jetzt an, anders als wir es hier teilweise hatten, sehr viele Rücksetzer zu haben und die sind alle überschneidend. Ein klassisches Bild, wir sagen dazu ein Ending Diagonal. Ich würde mich also gar nicht wundern, wenn wir diese Zwischentiefmarke hier nochmal sehen, 4100 in etwa, auf dem Future-Kurs gerechnet beim S&P 500. Das wäre eigentlich eine ganz hübsche Geschichte und würde sich nicht mal beißen mit den Überlegungen, die wir hier haben. Dann hätten wir hier jetzt quasi einen Rücksetzer bis dahin. Idealerweise nicht überschneidend hier. Alles wäre safe. Also immer noch gilt 22. März, solange wir oberhalb bleiben, ist die Welt in Ordnung, sind Rücksetzer kein Drama. Allerdings durchaus erwartbar. So, aber jetzt für den Nachmittag. Diese Videos orientieren sich ja stark an dem, was wir für die nächsten Stunden mal erwarten sollten. Und da muss ich sagen, da bin ich arg zerrissen und die anderen Marktteilnehmer offensichtlich auch. Denn wir sehen, jetzt kommt der Markt wieder hoch. Wir sehen aber, dass dieses Hoch höher ist als dieses Tief. Man sieht so ein bisschen an in meinem Fadenkreuz hier. Das heißt, diese Bewegung, ja, sie ist zwar zügig runter. Manch einer wird sich da kurz erschrocken haben, als er auf den Chart geguckt hat. Aber es ist überschneidend. Und damit wiederum nicht die Haupttrendrichtung. Zumindest mal nicht typischerweise. Also wir sehen, dass die Marktteilnehmer noch nicht wissen, wo sie ihr Ei hinlegen sollen. Sie haben nicht mehr so richtig Power. Sie haben nicht mehr so richtig Druck nach oben. Aber nach unten ebenfalls nicht. Wünschen würde ich mir trotzdem, dass wir diese Zwischentiefmarke nochmal sehen. Wie gesagt, es ist eine Zwischentiefmarke, die ich dann erwarte. Mit anschließend besten Grüßen an die Küche, hätte ich fast gesagt, mit besten Grüßen, dass es anschließend wieder nach oben geht. Beim Nasdaq ist es nicht ganz so deutlich, was wir hier haben. Denn die gesamte Bewegung, auch das und das, das ist wieder überschneidend. Also wir sehen, dass die Nasdaqianer aktuell, was das angeht, sehr viel vorsichtiger sind. Das sieht man auch im Intraday-Chart. Denn wenn ich mir dieses letzte Teilstück hier angucke, dann sehen wir scharfe Abwärtsbewegung. Knubbel, das hoch. Ich erzähle es ein bisschen. 18. April ungefähr 13.300. Dann Knubbel hier. Scharfe Bewegung, wieder eine Pause. Hier noch nicht überschneiden. Noch nicht. Kann allerdings noch werden. Wenn der Kurs jetzt aber nach unten geht, wären wir hier jetzt überschneidungsfrei auf dem Weg nach unten. Was eigentlich beste Voraussetzung wäre, um nochmal tiefer zu gehen. Und wem jetzt der Kopf brennt und sagt, das will ich nicht, das will ich gar nicht hören. Naja, auch dieses Bild wäre jetzt kein Drama. Denn wir sehen, wir sind ja hier in der Pause. Selbst wenn er hier nochmal darunter ginge Richtung 12.900, mir ist ja nichts kaputt gegangen in dem Sinne. Dann würde man halt sagen, bis dahin ist alles gut. Nur dann idealerweise bitte das nicht nochmal durchstoßen. So diese Trendkanallinie. Also 12.900, 12.800, irgendwas. Keiner weiß so genau wo. Also irgendwie was in der Richtung wäre. Ein durchaus ansprechbares Tief. Vielleicht analog zu dem, was wir jetzt hier beim S&P gesagt haben. 4.100 soll er doch da nochmal runtergehen. Im Großen ist das ein bisschen ähnlich auch beim Dow Jones. Hier natürlich der Dow Jones Future. Und da seht ihr die 22. März Marke, die wir hier haben, 33.000 beim Future Kurs, ist die, die es nicht mehr zu durchstoßen gilt. Hier irgendwo rein, fände ich jetzt nicht komisch. Irgendwo ähnlich auf dieses Niveau hier runterkommen. Fände ich eigentlich ganz hübsch. Hätte so ein bisschen was von, naja, wir sind doch gut Mutes und können anschließend weiter steigen. Also ihr seht, in all diesen Szenarien scheint es mir, dass die Aufwärtsseite eine Pause braucht. Und eine Pause meine ich in dem Sinne nicht im riesig großen Stil. Im Moment gehe ich erst mal von einer kleinen Pause aus. Natürlich immer mit der Gefahr, dass die sich ausweitet. Das weiß man natürlich nie im Vorhinein. Aber wir haben eine klare Messgröße. Merkt euch, 22. März. Alles, was oberhalb bleibt, macht vorläufig einen schlanken Fuß für die Bullenseite. Erst wenn er da durchgeht, dann sollten wir uns ernsthaft nochmal Gedanken machen. Warum? Wie konnte das nur passieren? Aber solange wir oberhalb bleiben, ist das alles erstmal safe. Das heißt, für all diejenigen, die ein bisschen grobkörniger schießen, wäre die 22. März-Marke ein möglicher Stopp. Einfach zu sagen, naja, solange es oberhalb bleibt, sind wir auf der Longseite ganz gut aufgehoben. Wenn ihr ein bisschen feinporiger unterwegs seid, auch mal rein und raus gehen wollt, dann würde ich den Stopp sogar enger setzen. Einfach um diesen Rücksetzer, den ich jetzt nun tatsächlich hier mir gut vorstellen kann, um den nicht auszusitzen. Und damit die Gefahr zu haben, dass es doch steil runter geht und eben nicht korrektiv hier runter geht. Ich weiß nicht, was besser ist. Wir machen typischerweise immer so ein bisschen gemischtes Doppel. Ein bisschen was mit engen Stops, ein bisschen was mit weiteren Stops, damit man im Zweifelsfall nicht ganz ohne Hose dasteht, wenn der Markt wieder dreht. Oder eben auch nicht ganz unabgesichert ist, wenn der Markt dann doch stärker nach unten geht. Dann hat man vorher schon mal ein paar Gewinne mitgenommen. Das ist aber natürlich auch ein bisschen eine Frage des persönlichen Geschmacks, Risikopotenzial. Oh je, da war jetzt noch eine Tonstörung. Risikopotenzial. Und die Frage natürlich, was euer Kapital im Zweifelsfall da erlaubt. So, also insofern haben wir eine Idee, wie es aussieht. Blicken wir zum Abschluss noch auf den DAX, der DAX-Index. Naja, ein bisschen ähnlich das Bild. Ich will es gar nicht so sehr deutlich nochmal ausrollen, denn wir haben es ja in den letzten Tagen so häufig. 22. März, merkt euch, 15.300 beim Index. Rücksetzer irgendwo in dem Bereich 15.500, völlig unkritisch. Das wäre durchaus in Ordnung. Allerdings beim DAX sehe ich im Moment noch nicht so sehr wie bei den anderen, dass das schon vielleicht begonnen hat. Alle Rücksetzer, die wir hier sehen, sind ganz schnell wieder konterkariert worden. Man sieht zwar auch hier, dass die Aufwärtsbewegung ein bisschen überschneidend ist, also so ein bisschen der Vortrieb nachlässt. Allerdings ein bisschen mehr Druck ist auf der amerikanischen Seite, auf der Abwärtsseite, wenn der auch noch bis jetzt einigermaßen harmlos ausfällt. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen für euch die richtigen Entscheidungen fällen könnt. Denkt da dran, dieser Rücksetzer steht an. Es wäre kein Killer für den Bullenmarkt. Es ist weiterhin vorläufig erst nochmal der Bullenmarkt angesagt, nur eben mit einer Unterbrechung. 22. März allerdings könnte Türchen aufmachen, zum Beispiel zu diesem Szenario, das nicht vorgegeben ist. Also bitte nicht diese Zeichnung sagen, das ist jetzt sicher. Nein, nein, wenn er oberhalb bleibt, kommt das natürlich nicht. Aber wenn er dieser Marke passieren sollte, 15.300, dann müssen wir ernsthaft dieses Szenario nochmal angucken. Dann haben wir eine sehr realistische Chance, dass da nochmal irgendwas nach unten sich ausweitet. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, toi 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 für eure eigenen Ideen. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.